Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 118. Video, Wiederholung Klasse 10. Heute geht es einmal um das Wachstum und zwar einmal um das lineare Wachstum. Auf der einen Seite, das man ja schon aus der 8. und 9. Klasse erkennt, 7. Klasse und das exponentielle Wachstum, das Wachstum also, das man durch Exponentialfunktionen beschreiben kann. Dazu werde ich heute im ersten Teil ein paar Beispiele vorrechnen, ein paar Sachen vormachen, ein paar Dinge erklären. Es geht los und zwar seht ihr schon an der Überschrift Wachstum einmal linear. Wir schauen uns erstmal an zwei Beispielen das lineare Wachstum an. Ihr seht, das ist übrigens ein Tipp von mir, wenn es um solche Aufgaben geht, immer eine Werttabelle. Und zwar hier einmal x- und y-Wert. Da habe ich den y-Wert vergessen. Das ist schon mal nicht so ein gutes Zeichen. So, machen wir aber sofort da hin. y. Oh, das ist klein, aber fein. Also, lineares Wachstum. Ich habe eine x-Reihe, also eine Zahlenreihe, die den Definitionsbereich darstellen. Ich habe einmal 0, 1, 2, 3, 4 genommen. Und y willkürlich 3, 4, 5, 5, 6, 5 und 8. Und jetzt sieht man relativ eindeutig, wenn der x-Wert um einen wächst, dann wächst der y-Wert immer um plus 1,5. Also, ein linearer Zuwachstum, der hinzuaddiert wird. Wenn man jetzt zwei Sprünge macht, dann hat man von 0 bis 2, von 2 bis 4. Und dann hat man eben von... Ui! Ui, 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 warum sagt mir das keiner? Großer, großer Fehler. So, machen wir mal eben. Ihr glaubt mir hoffentlich alle, dass das ein Schreibfehler ist. Also, 4,5 brauchen wir einmal hier. Die 6. Dann brauchen wir hier die 7,5. Und hier brauchen wir die 9. So, jetzt haben wir das Problem wieder gelöst. Ja, hier wächst es also dann um zwei Punkte von 0 nach 2. Dann wächst es natürlich hier um 2 mal 1,5. Also um 3 von 3 nach 6. Und von 6 auf 9, beziehungsweise von 2 auf 4. Bei einer anderen auf die Variablen-Benennung kommt es natürlich nicht an. So, auf die Variablen-Benennung kommt es nicht an. Man kann das A oder B nennen oder X und Y, völlig egal. Ihr seht hier wieder, ich kann auch mit 10 anfangen. Der Anfangswert ist auch beliebig von 10 bis 14. Und dieser Zuwachs kann auch negativ sein. Das heißt, 3,6, 3 und dann 2,4, 1,8, 1,2. Und wenn ich dann von 10 nach 12 springe oder sogar von 10 nach 13, habe ich 3 mal. Und hier habe ich dann 1,8 Abzug. Also von 3,6 auf 1,8. Regel, die erste Größe wächst um plus 1, die zweite Größe wächst um plus d. Die erste Größe kann auch um plus 2 wachsen. Dann wächst die zweite Größe um plus 2 d und so weiter eben linear. Exponentiell ist jetzt erstmal so ein bisschen anders. Also 0,1,2,3,4. Ihr seht, hier wächst die zweite Größe, indem man sie immer mit 2 multipliziert. Also 3 mal 2 gibt 6, 6 mal 2 gibt 12 und so weiter. Wenn ich 2 Sprünge mache von 0 nach 2, habe ich hier mal 4. Wenn ich 3 Sprünge mache, habe ich mal 6. Oder aber, das kann auch kleiner werden. Deshalb hier 10, 11, 12, 13, 14. 3,6 mit dem Faktor 1,5. 3,6, die Hälfte ist 1,8, 0,9, 0,45, 0,2, 25 und so weiter. Die erste Größe wächst um plus 1 und die zweite Größe wächst dann mit dem Faktor mal q. Ja, das ist R mal. Ich habe hier extra die allgemeine Zuordnungsvorschrift weggelassen. Das kommt später. Wir machen da mal ein Beispiel. Ne, wir machen da mal, ich erkläre mal mehrere Beispiele. So ist das, glaube ich. Lineares oder exponentielles Wachstum entscheide mit Begründung. Die Begründung ist relativ einfach. Man guckt sich zuerst den x-Wert an. Ihr seht, der wächst immer um plus 1. Und jetzt schaut man sich an, wie wächst der y-Wert. Hier sind es offenbar immer plus 4. Also habe ich ein lineares Wachstum. Die eine Größe wächst um plus 1. Die zweite Größe wächst um plus 4. Ich schaue einmal weiter. 0,1,2,3,4 ist immer plus 1. Und hier von 8 auf 24 mal 3. Ich könnte jetzt auch natürlich sagen plus 16. Ja, 16 plus 8 ist 24. Aber 24 plus 16 ist nicht 72. Also plus 16 passt hier nicht. Es muss ja immer der gleiche Summand sein, der da auftritt. Also probiert man es mit mal. 8 mal 3 ist 24. Oder 24 geteilt durch 3 ist 8. 72 durch 24 ist 3. 216 durch 72 ist 3. Und 348 durch 216 ist auch 326,8 mal 3. Also haben wir hier die eine Größe wächst um plus 1. Die andere mit dem Faktor mal 3. Dann ist das exponentiell. So, schauen wir uns das dritte Beispiel an. 3,4,5,6,7 plus 1. Von 2 nach 1 ist mal 1,5. Und von 1 nach 4 ist mal 4. Also ist das schon mal nicht exponentiell. Jetzt versuchen wir es mal linear. Von 2 nach 1 ist minus 1. Und von 1 nach 4 ist plus 3. Also ist das auch nicht linear. Das ist weder exponentiell noch linear. So als typische. Und dann machen wir noch ein zweites Beispiel. Ein Textbeispiel. Und zwar der Tannenklassiker. Kennt ihr vielleicht diese Tanne? Diese Tanne, die wächst. Die Aufgabe steht glaube ich 74 Millionen Mal im Internet. Jetzt füge ich sie noch einmal hinzu. In den ersten 20 Jahren wächst eine Tanne etwa 12 cm pro Jahr. 12 cm pro Jahr. Eine 90 cm große Tanne wird gepflanzt. Jetzt fängt sie an zu wachsen. Also die ist schon vorher gearbeitet. Jetzt wird sie einmal umgetopft. Das Wachstum wird neu vermessen. Wann ist sie 1,50 m hoch? Ganz wichtig bei Textaufgaben überhaupt. Besonders hier bei diesen Wachstumsaufgaben. Was mache ich da? Wie gehe ich das an? Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass ihr euch zuerst mal eine Tabelle hinmalt. Also einfach so ein Kreuz. Eine Wertetabelle ist das Allerwichtigste. Eine Funktionsgleichung kann man aufstellen. Muss man nicht. Und dann der Ansatz laut Text bedeutet, dass man einmal die Variablen oder die Zahlen, die Zahlen, die Werte, die dort stehen, in die Tabelle einträgt. Ihr seht, es geht hier einmal um die Jahre. Da habe ich hingeschrieben, x sei die Anzahl der Jahre und y sei die Höhe in Zentimetern. Denn die Höhe ist ja abhängig von den Jahren. Wenn jetzt jemand fragt, kann ich das auch umdrehen, dann sage ich da jein. Ich kann auch anhand der Höhe der Tanne die Jahre zählen. Was soll ich euch da jetzt sagen? Wenn ihr euch die nächsten und übernächsten Videos anguckt, komme ich dazu zu Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen. Dann beantwortet sich die Frage von selbst. Also im Prinzip kann man das machen. So, die Jahre, ihr seht, bei 0 Jahren habe ich eingetragen, ist die Tanne 90 Zentimeter hoch. Das heißt, die wird jetzt gepflanzt. Dann geht es los. Nach einem Jahr, sie wächst ja jedes Jahr um 12 Zentimeter. Nach einem Jahr ist sie 1,02 Meter. Nach einem weiteren Jahr ist sie 1,14 Meter. Nach einem weiteren Jahr ist sie 1,26 Meter. Ihr seht, die x-Werte sind immer plus 1. Die y-Werte plus 12. Das heißt, wir haben ein lineares Wachstum. So, lineares Wachstum ist eine lineare Zuordnung. Die kennt ihr aus der achten Klasse. y gleich mx plus n. Was mache ich nun? Im Prinzip setze ich einfach hier die Punkte ein. Da ich zwei Variablen, zwei Größen bestimmen muss, nämlich das m und das n, muss ich auch zwei Punkte einsetzen. Ich wähle zuerst 0 und 90 und dann 1 und 102. Ich hätte auch zwei andere Punkte wählen können. Das ist egal. Bei 0 und 90 ist es besonders schön. Da seht ihr hier, der x-Wert ist 0 und ich weiß sofort, dass das n 90 ist. Und der zweite Punkt ist 1,102. Da habe ich hier für y 102 eingesetzt. m kenne ich nicht. Der x-Wert ist 1 und 90 kenne ich oben aus der Gleichung. Und da kriege ich m gleich 12 raus. Und da 2 minus 90. Also habe ich die Gleichung y gleich 12x plus 90. So, bis dahin. Das war der erste Teil. Der zweite folgt zugleich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage Tschüss. Gleich bis zum zweiten Teil. Ich bedanke mich fürs Zuhören.